In diesem Tutorial werden wir uns mit einigen wichtigen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigen, wie zum Beispiel der Umgang mit Baumdiagrammen, die FAD-Regel oder das Gegenereignis. Und es ist eigentlich als schnelles Wiederholungswerk für Abiturienten gedacht, deshalb findet ihr in der zweiten Hälfte auch anspruchsvollere Aufgaben. Fangen wir erstmal aber entspannt an mit ein paar Grundlagen, jeder von euch noch in Erinnerung haben sollte. Es gibt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung grundsätzlich zwei Arten von Ziehungen, die man mit Hilfe eines Baumdiagramms darstellen kann. Eine Ziehung mit zurücklegen und eine Ziehung ohne zurücklegen. Und anhand eines einfachen Beispiels werden wir versuchen, uns jetzt an das Wichtigste hier in diesem Zusammenhang zu erinnern. Also wir haben hier einen Behälter mit rote und schwarze Kugeln. Und wie ihr erkennen könnt, gibt es in diesem Behälter vier rote und sechs schwarze Kugeln. Aus diesem Behälter ziehen wir jetzt genau zwei Kugeln. Auf der linken Seite mit zurücklegen, auf der rechten Seite ohne zurücklegen. Als erstes werden wir zwei Kugeln mit zurücklegen ziehen und das Ganze auf der linken Seite mit Hilfe eines Baumdiagramms veranschaulichen. Also, bei der ersten Ziehung gibt es dann entsprechend zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr eine rote Kugel oder eine schwarze Kugel ziehen. Hier mit R und S dargestellt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel als erstes die rote Kugel gezogen habt, dann habt ihr bei der zweiten Ziehung wieder zwei Möglichkeiten. Also ihr könnt wieder eine rote oder eine schwarze ziehen. Alternativ, wenn ihr zuerst die schwarze Kugel gezogen habt, dann gibt es natürlich bei der zweiten Ziehung ebenfalls zwei Möglichkeiten. Entweder eine rote oder eine schwarze Kugel zu ziehen. Und jetzt wollen wir in diesem Baumdiagramm auch noch die passenden Wahrscheinlichkeiten eintragen. Also, bei der ersten Ziehung. Wenn wir die rote Kugel ziehen, dann haben wir in diesem Behälter vier rote und insgesamt zehn Kugeln. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen, beträgt vier Zehntel. Entsprechend, wenn wir stattdessen die schwarze Kugel oder eine schwarze Kugel ziehen, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit sechs Zehntel. Und weil es eine Ziehung mit zurücklegen ist, das bedeutet, die Kugel, die wir gezogen haben, legen wir wieder im Behälter rein, wird sich bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung bei der zweiten Ziehung gar nicht zähndern. Das bedeutet, die gleichen Wahrscheinlichkeiten haben wir dann auch bei der zweiten Ziehung jeweils für die rote und die schwarze Kugel. Vollständigkeitshalber werde ich das jetzt nochmal eintragen. Also, hier haben wir wieder vier Zehntel und hier sechs Zehntel. Und hier auf der rechten Seite ebenfalls vier Zehntel und sechs Zehntel. So einfach sieht allerdings die Wahrscheinlichkeitsverteilung nun bei einer Ziehung mit zurücklegen aus. Bei einer Ziehung ohne zurücklegen verkompliziert sich minimal die Sache. Wenn wir das Ganze jetzt auf der rechten Seite betrachten, also zwei Kugeln ohne zurücklegen ziehen, dann wird unser Baumgerüst sozusagen genau identisch aussehen. Allerdings bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung ändert sich eine Kleinigkeit. Nicht bei der ersten Ziehung, weil wir trotzdem die gleiche Ausgangssituation haben. Steht da die Wahrscheinlichkeit oder ist da die Wahrscheinlichkeit für die rote Kugel immer noch bei vier Zehntel? Und für die schwarze Kugel bei sechs Zehntel? Allerdings bei der zweiten Ziehung müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir jetzt hier an dieser Stelle davon ausgehen, dass die erste Kugel rot war, dann haben wir bei der zweiten Ziehung, wenn wir noch eine rote ziehen wollen, natürlich nur noch drei rote Kugeln zur Verfügung, statt vier. Und insgesamt haben wir auch nur noch neun Kugeln im Behälter. Wenn wir jetzt nach der ersten roten Kugel eine schwarze ziehen, dann sind alle schwarzen Kugeln noch da. Also wir haben sechs insgesamt. Aber auch nur neun Kugeln im Behälter. Deshalb beträgt die Wahrscheinlichkeit sechs Neuntel. So, wenn wir jetzt die rechte Seite von diesem Baumdiagramm betrachten, also davon ausgehen, dass wir eine schwarze Kugel gezogen haben, dann haben wir noch alle roten drin. Das heißt, hier beträgt die Wahrscheinlichkeit vier Neuntel für die rote Kugel. Und hier an dieser Stelle ist eine schwarze Kugel schon weg. Deshalb haben wir nur noch eine Wahrscheinlichkeit von fünf Neuntel. Bevor wir weitermachen, noch zwei nützliche Hinweise. Sehr häufig in der Aufgabenstellung findet man auch die Formulierung, dass zwei Kugeln gleichzeitig gezogen werden. Wenn das der Fall ist, bedeutet das das Gleiche wie eine Ziehung ohne Zurücklegen. Und noch ein zweiter Hinweis bezogen auf die Wahrscheinlichkeiten dieser Baumdiagramme. Wie ihr merkt, hätte ich häufig auf der linken und auf der rechten Seite kürzen können. Habe ich aber nicht gemacht. Und das ist auch meistens nicht empfehlenswert. Und wieso nicht, werdet ihr dann bei den Beispielaufgaben sehen, die gleich folgen. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Aus einem Behälter werden zwei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Naja, das sollte uns schon irgendwie bekannt vorkommen. So wie der Behälter auf der rechten Seite. Und das bedeutet, im passenden Baumdiagramm haben wir ja schon vorher aufgestellt. Und jetzt kommt die erste Fragestellung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, gleichfarbige Kugeln zu ziehen? Übrigens, wenn euch mein Vorlesen zu schnell geht, dann könnt ihr auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Also, diese Aufgabenstellung verlangt von uns eigentlich zwei gleichfarbige Kugeln. Das bedeutet, wir haben eigentlich anhand unseres Baumdiagramms zwei Möglichkeiten. Entweder können wir zwei rote Kugeln ziehen, so wie hier mit grün dargestellt oder angedeutet. Oder zwei schwarze Kugeln ziehen. Und jetzt müssen wir einfach nur die Wahrscheinlichkeiten für diese zwei Pfade oder Wege im Baumdiagramm ausrechnen. Ich werde dann entsprechend P für die Wahrscheinlichkeit schreiben von klein a. Also, das ist die Wahrscheinlichkeit für die Teilaufgabe a. Und zuerst betrachten wir diesen linken Pfad, also rot-rot. Deshalb müssen wir hier an dieser Stelle vierzehntel mal drei Neuntel rechnen. Also, wir hätten dann vierzehntel mal drei Neuntel. Und dann plus die Wahrscheinlichkeit auf der anderen Seite. Also, sechstehntel mal fünf Neuntel. Sechstehntel mal fünf Neuntel. Am Anfang habe ich erwähnt, dass man in dem Baumdiagramm nicht kürzen sollte. Jetzt kann ich auch den Grund dazu verraten. Wenn ihr nicht kürzt, habt ihr den Vorteil, wenn ihr ohne Taschenrechner unterwegs seid, dass man diese Brüche hier schon perfekt zusammenfassen kann. Also, man wird überall einen Hauptnenner haben. Sonst, wenn ihr kürzt, habt ihr verschiedene Nenner und müsst wieder erweitern, um die Brüche zusammenzufassen. Also, entsprechend hätten wir hier an dieser Stelle viermal drei sind zwölf. Durch zehnmal neun natürlich neunzig. Also, zwölf Neunzigstel plus dreißig Neunzigstel. Und das fassen wir natürlich dann zusammen zu 42 Neunzigstel. Und erst jetzt am Ende macht es Sinn zu kürzen. Also, ihr könnt gucken, mit was ihr kürzen könnt. Okay, beide sind gerade Zahlen und deshalb mit zwei kann man das Ganze auf jeden Fall kürzen. Wenn ich oben die 42 durch zwei teile, habe ich nur noch 21. Und unten, wenn man die 90 durch zwei teilt, hat man 45. Dann kann man schauen, mit was man sonst noch kürzen kann. Zum Beispiel mit drei wäre ich hier ganz günstig. 21 geteilt durch drei sind sieben. Und 45 geteilt durch drei sind 15. Und das war's. Mehr kann man nicht. Also, natürlich kann man auch direkt mit sechs kürzen, wenn man es sieht. Aber wenn man es nicht sieht, dann kann man auch so stückweise kürzen. Und bei der Gelegenheit wollen wir uns noch an zwei andere Grundbegriffe erinnern. Und zwar Pfad- und Summenregel. Also, wenn man entlang eines Pfades die Wahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert, nennt man das Pfadregel. Und das haben wir auch hier angewandt, wo wir die Wahrscheinlichkeit für Rot-Rot ausgerechnet haben. Also, diese vierzehnte mal drei Neuntel. Und wenn man die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Pfade zusammenzählt, so wie wir es hier mit dieser zwei Wahrscheinlichkeiten gemacht haben, also wir haben sie zusammengezählt, nennt man das oder bezeichnet man das als Summenregel. Und hier ist die zweite Teilaufgabe. Ich werde jetzt kurz die Fragestellung überfliegen. Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, höchstens eine rote Kugel zu zieren? Ich merke schon, diese besondere Formulierung hier höchstens. Höchstens eine rote Kugel bedeutet übersetzt entweder eine rote Kugel oder gar keine rote Kugel. Und wenn wir das auf unser Baum beziehen und versuchen, diejenige Pfade im Baumdiagramm zu finden, die zu unserem Ereignis passen, werden wir genau drei Pfade finden. Das sind die hier mit grün dargestellt. So wie bei unserer Teilaufgabe A, könnten wir jetzt die Wahrscheinlichkeiten für alle dieser drei Wege ausrechnen und zusammenzählen und wir hätten das richtige Ergebnis. Aber ihr merkt schon, der Rechen- und Schreibaufwand hat sich ein bisschen vergrößert. Und deshalb gibt es hier noch eine schnellere und schlauere Lösungsmöglichkeit. Und zwar, wir benutzen das Gegenereignis. Kurze Erklärung, was damit gemeint ist. Also, wenn wir unser Baumdiagramm betrachten, dann solltet ihr erkennen, dass ein einziger Weg für uns nicht in Frage kommt. Und zwar dieser Weg mit Rot-Rot. Als nächstes solltet ihr euch auch daran erinnern, dass wenn man alle Wahrscheinlichkeiten im Baum zusammenzählt, also all das zusammen ausgerechnet, man 1 oder 100% rauskriegt. Also das alles ergibt zusammen 1. Das heißt, wenn wir von diesem Ganzen den einen Weg abziehen, den wir nicht brauchen, also Rot-Rot meine ich damit, dann bleiben die drei Wege oder Pfade im Baumdiagramm, die mit Grün dargestellt sind, üblich. Und das wäre eine kürzere Rechnung, als würden wir jetzt die anderen Pfade zusammenzählen. Also, dann auf der linken Seite können wir schreiben, die Wahrscheinlichkeit für die Teilaufgabe B ist gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit für Rot-Rot. Das heißt hier an dieser Stelle 4 Zehntel mal 3 Neuntel. So, und das können wir natürlich ein bisschen zusammenfassen. 4 Zehntel mal 3 Neuntel sind 12 Neunzigstel. Und um diese Zahlen jetzt ohne Taschenrechner zusammenzufassen, müsste man die 1 erweitern. Und zwar so, dass der Nenner 90 ist. Das bedeutet, oben und unten wird hier gedanklich mit 90 erweitert. Und entsprechend haben wir dann 90 Neunzigstel. Minus 12 Neunzigstel sind dann entsprechend 78 Neunzigstel. Und jetzt am Ende schauen wir wieder, ob wir was kürzen können. Naja, auf jeden Fall sind beide Zahlen geraten. Deshalb durch 2 kann man auf jeden Fall kürzen. Also, wenn ich 78 durch 2 teile, dann haben wir natürlich 39 oben und unten 45. Und diese 2 Zahlen kann man nochmal durch 3 problemlos teilen. Dann haben wir oben 13 und unten 15. Das wäre dann auch das Endergebnis für diese Fragestellung. Und hier haben wir die letzte Fragestellung bei dieser Aufgabe 1. Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine schwarze Kugel zu ziehen? Naja, wir erkennen wieder eine besondere Formulierung hier an dieser Stelle. Und zwar dieses Wort mindestens. Und mindestens eine schwarze Kugel bedeutet übersetzt, wir können entweder eine schwarze Kugel haben oder zwei schwarze Kugel in diesem Zusammenhang. Wenn wir wieder versuchen, uns anhand des Baumdiagrammes die passenden Pfade vorzustellen, dann werden erneut diese drei Pfade, die wir von vorher schon kennen. Und ist ja klar, es kommt das Gleiche raus. Auch wenn es eine andere Fragestellung ist, führt es auf das gleiche Ergebnis. Das würde auch hier natürlich Sinn machen, das Gegenereignis zu nehmen und entsprechend wieder von 1 die Wahrscheinlichkeit für Rot-Rot abzuziehen. Und weil wir das bereits ausgerechnet haben, blende ich das Ergebnis einfach ein. Einen kleinen Hinweis noch an diese Stelle in Bezug auf diesen Gegenereignis. Ihr habt bereits anhand der letzten zwei Teilaufgaben gemerkt, dass ich immer dann das Gegenereignis genommen habe, wo diese zwei besonderen Formulierungen der Fragestellung aufgetaucht sind. Damit meine ich natürlich höchstens und mindestens. Ja, diese Wörter sind auf jeden Fall ein Signal, dass man an das Gegenereignis denken sollte bei dieser Fragestellung. Aber es ist nicht immer ein Muss, das Gegenereignis zu nehmen. Es ist auch nicht immer günstiger, das Gegeneignis zu nehmen. Allerdings, wenn ihr diese zwei Formulierungen liest, solltet ihr euch vielleicht überlegen, ob das vielleicht Sinn macht. Und hier ist unsere zweite und letzte Beispielaufgabe. Eine etwas anspruchsvollere, abiturähnliche Aufgabe. Ihr könnt gerne auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Ich werde jetzt das Ganze überfliegen und die wichtigsten Sachen unterstreichen bzw. markieren. Also, in einer Schale befinden sich vier rote und eine unbekannte Anzahl grüner Kugeln. Also, wir haben vier rote, aber die Anzahl der grünen Kugeln ist unbekannt. Es werden zwei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Berechne die Anzahl grüner Kugeln, wenn die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine rote Kugel zu ziehen, zwei Drittel beträgt. Also, für den Anfang werde ich rausschreiben, was hier von Bedeutung ist. Von Bedeutung ist die Tatsache, dass wir vier rote Kugeln haben. Also, vier rote. Und wenn die Anzahl der grünen Kugeln unbekannt ist, dann können wir sie mit irgendeiner Buchstabe belegen. Ich nehme jetzt einfach mal x grüne. Gut, was wirklich sinnvoll wäre an dieser Stelle, auch wenn die Anzahl der grünen Kugeln unbekannt ist, sich ein Baumdiagramm vorzustellen. Und das ist bei zwei gezogenen Kugeln nicht so schlimm. Also, ich habe entsprechend schon was vorbereitet auf der rechten Seite. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, man kann eine rote oder eine grüne ziehen und das auch in der zweiten Ziehung. Jetzt muss man sich ein bisschen trauen. Und zwar, man muss die Wahrscheinlichkeiten an diesem Baumdiagramm im Abhängigkeit von diesen x ausdrücken. Das heißt, wenn wir als erstes jetzt zum Beispiel eine rote Kugel ziehen. Wir haben ja vier rote Kugeln. Aber die Gesamtanzahl der Kugeln ist unbekannt. Trotzdem kann man das mathematisch ausdrücken mit x plus 4. Also, entsprechend wäre dann die passende Wahrscheinlichkeit hier an dieser Stelle 4 durch x plus 4. So, auf der anderen Seite für die grüne Kugel bedeutet das, wir haben x grüne Kugel und insgesamt wieder x plus 4 Kugel. Was die Sache hier ein bisschen noch unangenehmer macht, ist die Tatsache, dass es eine Ziehung ohne Zurücklegen ist. Das bedeutet, das müssen wir dann in der zweiten Ziehung berücksichtigen. Und entsprechend noch eine rote Kugel zu ziehen, würde bedeuten, wir haben nur noch drei rote Kugeln und insgesamt auch eine Kugel weniger. Deshalb statt x plus 4 kommt hier x plus 3. Genauso ähnlich auch auf der rechten Seite, wo die grüne Kugel steht. Also, wir haben eine rote gezogen. Das bedeutet, alle grünen Kugeln sind noch drin. Aber insgesamt auch eine Kugel weniger. Deshalb auch geteilt durch x plus 3. Auf der rechten Seite so ähnlich. Also, wir ziehen eine grüne. Das bedeutet, wir haben noch alle roten drin. Deshalb 4 durch x plus 3. Und wenn wir noch eine grüne ziehen, dann haben wir auch eine grüne Kugel weniger. Das bedeutet, oben steht nicht mehr x, sondern x minus 1. Ebenfalls geteilt durch x plus 3. Und jetzt lesen wir nochmal die Fragestellung. Es soll mindestens eine rote Kugel gezogen werden. Mindestens eine rote bedeutet entweder eine rote oder zwei rote Kugeln. So, und an unserem Baumdiagramm werden da wieder die Wege auf der, drei Wege auf der linken Seite. Aber vor allem mit diesen x-Renänen ist das sehr, sehr umständlich, diese drei Wege zusammen zu zählen. Deshalb werden wir wieder das sogenannte Gegenereignis benutzen. Das bedeutet, der einzige Weg, der jetzt für uns nicht in Frage kommt, ist dieser grün-grün Weg hier, den ich nochmal ein bisschen genauer andeute, also dieser Weg hier. Deshalb ziehen wir wieder von 1 die Wahrscheinlichkeit für grün-grün ab. Damit haben wir einen Ansatz für diese Berechnung. Also, entsprechend haben wir dann hier 1 minus x durch x plus 4 mal x minus 1 durch x plus 3. Und das Ganze soll anhand der Aufgabenstellung zwei Drittel ergeben. Also, ist gleich zwei Drittel. Ab hier hat die Aufgabe nur noch wenig mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Denn ihr müsst in der Lage sein, diese nicht so gut aussehende Bruchgleichung zu lösen. Wenn man eine Bruchgleichung lösen muss, sollte man vielleicht in erster Reihe an die Definitionsmenge denken. Damit ist gemeint, welche Werte für x sind erlaubt bzw. nicht erlaubt. Wir haben hier zwei Brüche, wo im Nenner x hervorkommen. Deshalb müssen wir gucken, für welche x-Werte dieser Nenner 0 werden. Das wären dann die verbotenen Werte. Also, bei dem ersten Nenner, wenn wir für x minus 4 einsetzen, dann hätten wir das Ganze geteilt durch 0. Deshalb ist minus 4 einmal ein verbotener Wert. Und bei dem zweiten Nenner wäre minus 3 das verbotene Wert. Also, für minus 3 haben wir auch hier 0 im Nenner, was mathematisch nicht sein darf. Also, diese Definitionsmenge können wir auch so angeben. D ist gleich R. Also, alle Zahlen sind erlaubt, außer minus 4 und minus 3. Übrigens, diese Lösung würde für uns in unserem Zusammenhang eh keinen Sinn machen. Das würde bedeuten, dass wir eine negative Anzahl von Kugeln haben. Von daher, die sind sowieso ausgeschlossen. Okay, dann machen wir weiter. Es gibt natürlich verschiedene Vorgehensweisen hier an dieser Stelle. Ich werde jetzt zum Beispiel zuerst die 1 rüberbringen mit minus 1. Das bedeutet, auf der linken Seite steht da nur noch minus x durch x plus 4 mal x minus 1 durch x plus 3. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt 2 Drittel minus 1 sind entsprechend minus 1 Drittel. Gut, jetzt wäre gut, wenn die Nenner verschwinden. Übrigens, auch wenn es nicht so dargestellt ist, hier drumherum macht es Sinn, schön die Klammer zu nehmen, weil das sind ja Themen, die zusammenhängen. Und wenn wir den Nenner verschwinden lassen wollen, dann müssen wir natürlich mit diesem Nenner hier durchmultiplizieren. Und das werde ich jetzt auch machen. Was wir noch gleichzeitig machen können, ist auf beide Seiten das Minuszeichen wegzumachen, indem wir einfach zusätzlich mal minus 1 nehmen. Also einmal nehme ich mal minus 1, damit verschwinden beide Minuszeichen. Und einmal multipliziere ich mit diesem hässlichen Nenner hier. Also x plus 4 mal x plus 3. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite nur noch x mal x minus 1. Und auf der rechten Seite bleibt dann ein Drittel stehen, multipliziert mit dieser 2 hintere Klammer. Also wir haben dann ein Drittel mal x plus 4 und mal x plus 3. Und die einzige Möglichkeit, die man jetzt an dieser Stelle zur Verfügung hat, ist diese Klammer aufzulösen und den Term so weit wie möglich zusammenzufassen. Um dieses Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, habe ich bereits die Lösung für diese relativ einfache, übrige Gleichung schon vorbereitet. Also das war der Term, den wir zuletzt hatten. Im nächsten Schritt sollte man auf jeden Fall die Klammern auflösen. Dann sieht dieser Term so aus. Und eine Sache, die man hier zur Vereinfachung machen kann, ist die Brüche zu eliminieren, den man mit dem Hauptnenner, also mit der 3 durchmultipliziert. Entsprechend hat man dann eine einfachere Gleichung ohne Brüche. Dann natürlich alles auf eine Seite bringen. Ich habe jetzt alles von der rechten auf der linken Seite gebracht und zusammengefasst. Und was üblich bleibt, ist eine quadratische Gleichung, die man auch eventuell noch vereinfachen kann, bevor man an die Lösung geht. Zum Beispiel alles durch zwei teilen, dann sieht die Gleichung so aus. Dann entsprechen entweder mit quadratischer Ergänzung, PQ-Formel oder ABC-Formel oder die sogenannte Mittennern-Formel, kriegt man für diese Gleichung zwei Lösungen raus. Einmal die 6 und einmal die minus 1. Und nicht vergessen, wir suchen eine Anzahl von grünen Kugeln. Das bedeutet, eine negative Anzahl von grünen Kugeln macht keinen Sinn. Also damit entfällt automatisch die minus 1. Und unsere gesuchte Anzahl von grünen Kugeln ist dann 6. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt noch weitere Themen, die in den Grundlagenbereich von Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Stochastik gehören. Wie zum Beispiel das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von Vierfeldertafeln. Bedingte Wahrscheinlichkeit, natürlich Bernoulli-Experimente und Binomialverteilung, sowie verschiedene Elemente der Kombinatorik. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, ein Ettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann könnt ihr diesen Kanal trotzdem abonnieren. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr das Video gefallen hat, dann könnt ihr das Video gefallen hat.